Tor 3. Ruppe Mekitalo, Lausitzer Füchse. Vom Westen Sachsens springen wir an den östlichen Rand nach Weißwasser zu den Lausitzer Füchsen. Dort bewirbt sich dieses Zusammenspiel zwischen Luis Gossic und Ruppe Mekitalo für das Tor des Monats. Lobend erwähnen muss man hier besonders die Vorarbeit von Luis Sörter Gossic. Als Förderlizenzspieler kam er aus Berlin, geht für Weißwasser aufs Eis und weiß mit diesen Solos natürlich zu überzeugen.